Sport verbindet, klingt banal, bleibt aber wahr. Dieser Wahrheit verpflichtet fühlt man sich auch beim Berliner TSC, dem Verein, der sich die Sportfamilie an der Spree nennt und der aus dieser Familie niemanden ausschließen möchte. Schon gar nicht beim Fußballcamp Inklusion durch Sport, Fußball verbindet. Die Zielgruppe ist ganz klar Kinder mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. Das heißt, wir haben die ganzen Kids hier gewonnen über die Flüchtlingsunterkünfte in der umliegenden Nachbarschaft, über die Clearingstelle, haben aber auch Flyer ausgelegt im Bezirksamt. Also grundsätzlich war das für jeden offen, egal welches Alter, welches Geschlecht. Rund 25 Kinder zwischen 6 und 13 Jahren können hier eine Woche lang kostenlos unter der Anleitung lizenzierter Trainer ihre fußballerischen Fähigkeiten verbessern oder auch einfach nur Spaß haben und neue Freunde finden. Hier im Fußballcamp, da kann man fast eigentlich alles machen. Man spielt Fußball, wir haben mal Volleyball gespielt, wir haben uns nass gespritzt. Beim Spiel habe ich sie angesprochen und dann waren wir den ganzen Tag zusammen. Ja und wir haben ja Witze gesagt die ganze Zeit. Und wir spielen immer Fußball und dann machen wir auch ganz viele schöne Sachen dort. Wir spielen dort auch und wir machen alles dort. Angeregt vom Behindertensportverband Berlin und finanziell unterstützt von der Aktion Mensch, bekommen die Kids zusätzlich zur Rundumbetreuung auch noch einen Fußball und ein komplettes Outfit. Attraktive Anreize, die für Trainer Erik Wellnitz aber vor allem einem höheren Zweck dienen. Es geht darüber hinaus, dass wir auch die Themenfähigkeit vermitteln wollen, das Miteinander, dass gerade auch der Bezug ältere, jüngere Kinder untereinander, dass die miteinander klarkommen, in Mannschaften lernen, sich einzugliedern. Halt diese alten Werte sind uns wichtig. Für die Jungs und Mädchen ein ganz besonderes Ferienerlebnis beim Berliner TSC und ein tolles Beispiel, wie Inklusion durch Sport funktionieren kann. Für die Jungs und Mädchen ein ganz besonderes Ferienerlebnis beim Berliner TSC und ein ganz besonderes Ferienerlebnis beim Berliner TSC und ein ganz besonderes Ferienerlebnis beim Berliner TSC.